Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr sehen könnt, ich bin heute wieder Big Rigs, morgens 20. Morgen kommen keine Videos, außer am 21. Dann kommt das Video. Genau, wie ihr sehen könnt, jetzt sitze ich gerade in meinem Lamborghini. Und wir fahren heute, wir fahren jetzt einen Challenge. Also abonnieren, Glockenzeichen und Like, Instagram und folg mir auf Instagram. Genau. Wir fahren jetzt mit dem Rhinales los. Und es ist eine Challenge, und zwar ich darf keine Objekte berühren, also kein Haus, kein Auto, nicht mal diese Teile sind jetzt schwierig. Und dort erwartet uns auch schon das erste... Hm, das ist ja klar. Ich muss eher die Außenkamera haben. Ja, hier muss ich vorsichtigen. Aber neuen Regeln lasse ich nicht stören. Das war gerade knapp. Und direkt bevor ich das geben. Ba 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 ba. So, jetzt soll ich los gehen. Oh, nein, wenn ich das hier drin bin. Und vor, jetzt soll ich's lieber jetzt noch noch sehen. Wie will das mal machen? Und dann, wenn ihr bestätigt, das heißt, wir werden das in der Falle, dann dienen. nicht über die 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 ich erhebte diese ganze Zeit und die Leer als ich bin ich kann doch alles nicht fahren ja man Oh, jetzt darf ich aber nicht irgendwo hier gegen fahren, weil dann habe ich auch verloren. Erst bin ich reich. Komm schon rein! Komm schon auf diese Millimeter. Millimeter noch. Komm schon auf Millimeter Platz habe ich hier noch. Komm schon, ich habe es gleich geschafft! Ich habe es gleich geschafft! Komm schon! Ah! Das war knapp. Ich muss vorsichtig fahren, weil wenn ich hier irgendwo gegen fahre, ist halt Game Over. Und ich müsste halt noch ins Park rausfallen. Weil wir müssen jetzt jede Reihe einmal abfahren. Uh, das ist knapp, das wird knapp. Ein bisschen besser haben wir noch über Bremsen! Oh, ich darf jetzt hier nicht... Oh, jetzt wenn ich jetzt hier die Rutsche... Äh, Rutsche sage ich schon. Das sieht aus wie eine Rutsche. Berühre, dann habe ich auch verkackt. Oh, bitte! Ich will es schaffen! Ey Leute, lasst jetzt ein Like da, wenn wir das schaffen wollen. Ey Leute, lasst jetzt ein Like da! Leute, lasst ein Like da, dann werde ich es schaffen! Schreibt es mal in die Kommentare! Hättet ihr gedacht, ich schaff die Strecke oder ich schaff die Strecke nicht? Schreibt es mal, was habt ihr gedacht? Also, ich denke, viele hätten gedacht, dass ich es schaffe. Aber wer es gedacht hätte, hätte ich jetzt nicht geschafft. Das wäre halt... Ab hier darf ich jetzt wieder Schaden nehmen, weil... Oh, ich bin ja oben angekommen. Ja, und damit war es doch mit dem Video. Lasst mir einen Daumen hoch auf den Daumen hoch. Ich will es bis zum nächsten Mal ergeben. Bis zum nächsten Mal.